Heute ist ein besonderer Tag für Polizei-Obermeister Dörte Petzold. Sie hat Geburtstag. Moin Moin! Verpiss dich! Und ihr Kollege, Fiete Börnsen, hat sich etwas ganz Besonderes für sie ausgedacht. Na, Döde, alles Tippi-Toppi. Alles Tippi-Toppi? Ach, ist das süß! Das ist mein Lieblings-Rosa! Weiß ich doch. Und weißt du was, Geburtstagskind? Die Jungs und ich, wir haben noch eine Überraschung für dich. Sieht mir ganz aus wie ein törtiges Dörtchen, ne? Aber ich sag mal so. Heute wird es regnen, stürmen oder schneien. Döde muss auf Streife, ja so soll das sein. Denn es steht im Dienstplan, darum sagen wir. Döde muss auf Streife, die Torte essen wir. Döde muss auf Streife, die Torte essen wir. Wie schön, dass es auch Kaffee gibt. Jetzt mach die Türe zu, ich glaub es zieht. Feeling good, feeling fine. Feel like a whole white world in my head. Hey, hey, hey. This is the perfect game.